Ladies and Gentlemen, Hallo und herzlich Willkommen zu Willkommen Easy. Und hier amIND rechts ja? Einmal nach oben weg. Wenn du die nicht siehst immer nach oben random. Jetzt muss ich mal kurz rumgucken. Wovor sind denn die? WIEH-HUUH-HUH-HUH-HUH-HUH-HUH-HUH-HUH! Ich rede mir die ganze Zeit, geiler SINZER, aber das ist nur schwarzer Qualm von uns. NACH SINZER! OH GOD! OH GOD! Was kann ich hier kaufen? Wir haben 75% Rabatt gerade! Auf was? Ich muss erst auf alle neun Bücher... Hallo? Hallo auf jeden Covid Pass? Hier, meine Karte! WICHSER! Habt dich gefragt! So geht das hier nicht! Also wenn du in der Kurve... Wenn du in der Kurve war... Anleeeine! Ich bin wieder runtergefallen! Wo ist denn hier der Treppe, Alter? Nein, nein, ich fahre den falschen Weg! Ich fahre in die andere Richtung! Ich bin am Hafen. Wer hat das denn telefonieren? Nein, nicht geht's! Nein, tut nicht! Nein, ich dreh zu dem Spielball! Nein, ich fahre in die falsche Richtung! Junge, ich hab drin! Oh, da ist jemand abgebogen, interessanterweise. Oh, was? Ich hab da auch geschossen! Peter, du musst doch sagen, wenn du schon tot bist! Ich geh nicht tot! Nein, der hat mich auch gemacht! Alle vier hintereinander! Nein! Das war belastend! Das war cool! So, der dürfte doch eh sterben, ne? Ja, ja, der ist tot! Ich komm halt nicht mehr da weg! Die Macht! Der Banane! Gib mir Glück, gib mir Glück! Ja, genau! Dich, Dich! Ja! Guck mal, ich hab meine 78er-Serie gestellte noch lebt! Das darf nicht was, ey! Das hab ich auch aufhört! Er kommt! Hallo! Jetzt hab ich schnell weg! Du solltest den anderen hinterherrennen, würde ich sagen! Okay! Sind das die Bösen? Das sind die Bösen! Ich bin der Gute! Ich bin nur der Busfahrer! Geiler ist! Moment! Hi! Wer ist denn jetzt der Fänger? Sepp! Sepp ist doch der Fänger! Sepp ist gerade weggerannt vom Pinner! Ja, Sepp ist gerade die Treppe hochgelaufen, während wir Sepp hinterher gerannt sind! Der kommt! Jetzt ist er wieder da! Nein! Guck mal! Das sind die Penner! Der andere sah so seriös aus! Wie die fallen mal wieder neben mir statt! Kann ich eigentlich hier durchschießen? Oh! Tja! Das glaub ich auch! Ne! Moment, da schreibt einer gerade im Chat! Tuche! Billige! Billige! Zucht! Stuten! Zum! Besaren! Boah! Weiter geht's! Alter, ich würde mir auch einen Dreier gönnen! Alter! Ich bin... Ich bin... Krassos Maximus! Oh ja! UHHHH! Nein! Hrr! Hhh! Wohaa! Oh dat man! Vier Leute hintereinander! Fünf! Hhhhhhh! Hhhhh! Sechs! Also ich bin gerade im... übelsten krassen Zerstörermodus vor den Herrn Zerstörermodus! Ohhhhh! J-ck jemandmehr ist einfach... Jay wir haben die Russia geileris! Oh Leute! Drückt. Oh Gott, bin ich doof. Hast du da, siehst du da Gegner? Ja, beide. Hä? Gott, why are those demon negotiations so hard, Alter. Fuck. Warte, ist da... Bamm kommt da. Ja, ja, genau. Ich weiß, ob ich wo der letzte ist. Also, der kann halt nicht weiter hoch, solange der keinem in den Rücken schießen kann in dem Moment. Ja, das stimmt. Weil er hat ja jetzt auch super viel, was er abdecken muss, wenn er da hoch ist. Loin, ich hab den Computer kaputt gemacht. Nein, wie soll ich dir jetzt die Richtung ausstellen? So, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, hallo, Bram. Ja, ja, ja. Okay, ähm. Der erste Hinweis. Der zweite Hinweis lautet Merkur. Oh, ja, komm, du Scheiße. Merkur? Dann kann es jetzt noch in viele Richtungen gehen. Der zweite Hinweis lautet Venus. Scheiße, ich hab fast gedrückt. Alter, fuck, wenn die Zeit in Mars gewesen wäre, hätte ich es gewusst. Das ist halt eine Reihenfolge von irgendwas, von einem Planeten. Oder es gibt nur vier. Okay, das dritte ist Erde. Ja. Hä? Keine Ahnung. Mars. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Nur Punkt absnacken. Mars ist korrekt. Warum? Er ist die Reihenfolge. Nein, ist das die Reihenfolge. Doch. Venus ist am nächsten an der Sonne. Das geht doch stimmen. Klar. Nein, die Venus, nein. Der Jupiter ist am nächsten an der Sonne. Peter, was ist die Reihenfolge? Also, es gibt hier keine Reihenfolge. Doch. Unsere Planeten werden aufgezeilt in äußere und innere Planeten. Ja, der Merkur ist dann der nächste eigentlich. Merkur, Mars, Erde, Venus. Vier innere Planeten. Und diese vier inneren Planeten sind mir. Nein. Fuck. Ja, wieso liegt hier so viel Shit rum? Warum hast du eine Maske auf? Okay, das ist auch nur die eine. Die ist schon echt hell. Ja, jetzt hast du vier an. Der ist schon echt hell. Sie können sich blind aufeinander verlassen. Das letzte Mittel im Kampf gegen Schwerkriminelle. Sie sind die Spezialeinheit der Pete-Smith-Polizei. Oh. Das waren wir. Oh, mein Gott. Wann, ich bin bei dir. Er hat so eine Waffe in der Hand, aber alles gut. Ich bin down. Hä? Lockt. Peter, der ist links und hat mich erschossen. Oh. Ja. Ich mich auch. Oh, mein Gott. Ja, das war ich. Ich habe mich hier vor dem eigenen Schatten, den ich da gesehen habe, gerade erschrocken. Rechts down. Ich habe jemanden getötet. Ich weiß aber nicht. Nee, das sind... Zivilien. Das ist alles belastend. Wer hat denn gerade die Tür aufgemacht? Ja, wahrscheinlich ein Gegner. Ich bin die Leute am Kaffen. Wir sind... Das ist schlecht. Ja, das ist gut. Ja, alles super. Ja, alles super. Alter, wir haben so viele Leute da fertig gemacht. Es gibt ein F, Junge. Ich gehe nach Hause. Tschüss. Peter, für dich zur Info, ja? Äh, noch... Das wollte ich unbedingt mit dir machen, während wir live sind in einem Video, ja? Und zwar wusstest du, dass du, wenn du so tust, als wenn du dir Salz auf die Zunge streust, du Salz schmeckst... Nein. Ich probiere das, Tumme. Okay, mal, warte. Vielen Dank. Weil das jetzt hierher wirklich. Das war's. Wir haben jetzt! Wir haben jetzt! Wir haben jetzt! Wir haben jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020